Da sieht es schon gut aus. Hier an der Stelle habe ich noch mal löten müssen. Da sind wir die Kabel abgerissen, aber schaut gut aus. So, alles wieder zusammengebaut. So, gut, jetzt kann ich auch noch mal hinter der Stelle eingeliehen. Also der Dorn, der muss da genau dahin, bevor das nicht so passt, also der Dorn muss genau dahin, sonst gibt es den Strom und zieht das dann so zusammen. Wenn das so reise Dorn so rein, dann geht das auch. Okay, so, alles noch mal zusammen. So, das war jetzt noch gut. Einmal, zwölfmal, zwölfmal, Okay, da ist das rote, das normalne. Das nächste Reihe. Ja, passt. So, da kommt das nächste rein. Perfekt. Perfekt. So, gut, schau, bis es nochmal ganz zusammen. Lass uns mal hoffen. Bis dann. Okay, passt. Ich gehe auf. Das ist der rein. Mal rüber. Verspülen. Prost. Ich gehe hoch. Ist ein bisschen schlecht. Jetzt machen wir das nochmal weg. Schlechter, also. Jetzt mal spülen. Leute, ich habe es geschafft. So, jetzt nochmal. So, das lege ich auch. Passt alles. Okay. Also, ich kann noch von jedem abraten. Ich scheiße es schon seit drei Tagen rum. Also, das ist wirklich hardcore. Gut, also meins geht wieder. Ciao. Ciao.